Henry John Heinz, geboren am 11.10.1884 in Pittsburgh, verstorben am 14.05.1919, war ein amerikanischer Unternehmer und Kunde des Lebensmittelkonzerns H.J. Heinz Company. Sein Vater Johann Heinrich Heinz 1811-1891 stammt aus Keilstadt aus Rheinland-Pfalz, ebenso wie Friedrich Trump, Großvater des 45. US-Präsidenten Donald Trump. Friedrich Trump war ein fetter zweiten Grades von Henry John Heinz. Untertitelung des ZDF, 2020